willkommen zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten ja ich war jetzt die letzten tage so ein bisschen abstinenz ich habe es echt nicht geschafft zeitlich auch nur ein video zu machen geschweige denn dass ich meine angriffe gemacht habe teilweise habe ich nur bonus angriffe gemacht also im moment komischerweise meine letzte arbeitswoche in diesem jahr ich habe so viel arbeit wie das letzte halbe jahr nicht habe ich so ein bisschen das gefühl aber ich finde es ganz nett hier der händler der uns ab und zu auch mal etwas zeigt was er eigentlich gar nicht im moment hat im shop aber schön animiert hier und da sieht man es gerade er hat jetzt per animation die power potion hier und hat uns unten aber so ein nettes buch entgegen gehalten und ich finde das auch ganz ganz süß animiert hier mit dem paket stapel den gibt es tatsächlich den trank aber es gab hier vorne eine schaufel die habe ich jetzt schon genommen habt ihr eingelöst beziehungsweise ich hole mir da immer die gems für und fülle dann immer mein meine treasury auf so dass ich immer ja ich habe ich brauche die schaufeln eigentlich eigentlich eher selten denn gerade in diesem dorf hier sieht es eigentlich ganz schick aus da muss ich im moment nichts umsetzen war vielleicht muss ich ja doch mal was machen aber ihr habt ja gesehen ich bin mit dem schief hier auf rathaus level 10 gegangen und das habe ich allerdings letzte bau schon im live stream gemacht ich habe dann wirklich ganz ganz wenig mit diesem account hier vor allen dingen gespielt habe jetzt erstmal kanone und bogenschützen turm angestartet die anderen sachen habe ich alle schon gebaut und ihr seht das auch hier rechts und links die paar mauern habe ich hier mal wieder toto mäßig reingepflanscht so wie ich das eigentlich ja immer mache und ich muss einfach ein bisschen ja mal wieder ein bisschen mehr fahren es gab aber ein optionales update falls ihr es verpasst habt das ganze seht er allerdings mal wieder nur im englischen klein der deutsche klein hängt im moment ganz ganz viele tage hinter dem englischen klein was die beschreibung angeht und die auch die news angeht ich kann mir schon vorstellen woran das woran das liegt aber vielleicht spricht er mich da noch mal in einem live stream darauf an dann kann ich euch das mal ein bisschen detaillierter erklären aber es gab wohl probleme mit zu aktivierenden kriegspaces wenn dort die layout beziehungsweise wenn dort irgendwelche dekoration nicht richtig passte oder nicht nicht gesetzt wurde dann konnte man die nicht aktivieren das war natürlich für die rathaus level 13 da ziemlich doof bei uns gab es das auch bei spätzen mit so es im clan dass da jemand seine base nicht aktiviert bekam und 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 gerade jetzt wo natürlich alle neue bases unter umständen haben gerade im rathaus 13 bereich ist das ein bisschen ärgerlich und es gibt es gab hier noch so ein paar idle animation probleme so wie ich das sehe und und auch clipping fehler wenn man den rent worden gechanged hat after changing moda so also wenn wenn man auf den auf den schnell disco motor geht und das optionale update ist in der version 13 0 2 1 im google play store zu erhalten wundert euch nicht es ist mittlerweile die version 13 0.25 draußen das nur mal am rande erwähnt also ihr müsst den kleinen dann schon wieder auf engel stellen um überhaupt diese diese sache mitzubekommen im deutschen bleibt euch das verwehrt und ich weiß nicht ich mache immer handupdates ich lasse lassen hier automatisch reinlaufen deswegen ist so eine information natürlich sehr sinnvoll ja wir wollen mit dem so ein bisschen fahren hier der muss ein bisschen größer werden ich habe natürlich die notwendigsten oder für mich notwendigsten dinge gebaut ich habe die zusätzliche defensive hier schon in der base ihr seht dass ich habe zwei infernus haben dritten x bogen und hier kloppt der letzte bauarbeiter beziehungsweise ein bauarbeiter das letzte armee lager hoch dann dürfte ich auch 240 truppen haben 235 habe ich im moment schon und ich bin ja noch im klaren krieg im laufenden klaren krieg auf rathaus level 10 gegangen und hatte dort direkt an den gegner geprankt indem ich natürlich fix mir mal die die klan buch hochgezogen habe dass ich eine kaserne mit bekam und 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 eine kaserne eine karre mit bekam und war ganz witzig ich meine war auch nur ein rathaus 9 muss ich muss ich dazu gestehen ist aber nicht ganz so schlimm dass ich jetzt nichts getan habe umso mehr freue ich mich natürlich dass ich dann im urlaub hier ein bisschen bisschen mehr clash of clans spielen kann vor allen dingen auch mit anderen accounts denn nicht nur der barfuß hier ist hochgegangen ich bin auch mit zwei drei anderen dörfern also ein kleines stück weiter aber ich habe auch wirklich nur die basics gemacht also ich habe echt nur angefangen und danach nichts aber ich gebe euch jetzt eben mal die leidige sucherei ich habe wahrscheinlich wieder eine schlechte zeit erwischt und dann meinen kurzen cut und dann sehen wir uns im angriff wieder ui der schick der hat auch ein bisschen was an dunklen für uns und ich könnte natürlich mal checken ob der irgendwann an klanburg hat okay da hat er scheinbar nichts dann nehmen wir den mal hier so mit einmal mit dem queen walk oder queen charge mal gucken die karre brauche ich ich glaube die karre brauche ich nicht ne ich glaube die karre brauche ich an der stelle nicht und dann machen die das lager da weg wunderbar dann kann ich ich wollte gerade sagen dann kann ich meine mauerbrecher hier reinschicken die ich gar nicht dabei habe super gemacht so läuft das auf jeden fall bei dir jetzt müssen wir mal eben abwarten wo die queen denn jetzt hingeht um hier gleich mal unseren sprung anzusetzen ich denke mal wir können hier wissen rein springen nehmen wir mal unsere klanburg den dicken hinterher um hier jetzt ein bisschen weiter in die base reinzukommen einmal hier die heiler noch mal richtig in wut gebracht und der king geht nicht mit rein das ist natürlich sehr ärgerlich aber der eis golem und der riese der eis golem ist in jedem fall in der base und die queen haben wir da hinten ja schon eben hingerafft das schon mal nicht schlecht hier frösteln wir einmal und gehen jetzt auf dieser ganz ganz breiten flanke hier ruhig mal in die base rein und machen hier mal ein bisschen ps gegen den fäger meine meine also ich hätte fast meine meine queen wieder vergessen aber die zünden ja selber mittlerweile die helden auch das muss man sich immer so ein bisschen vor augen führen einmal hier etwas clean abgesetzt und komm 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 nicht alles wecken aber da da muss ich die doch gerade mal so nehmen queen ist jetzt allerdings schon down okay das packen wir nicht das ist ein bisschen ärgerlich aber wir kriegen denke ich mal doch noch ganz gut das dunkle hier weg äh bohrer 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 da sind die schon in der mitte wunderbar da sind die schon in der mitte und oh mein king ist auch noch da mein king ist auch noch da sehe ich das wird eng hier das werden die drei loons leider nicht mehr schaffen oder vier loons sind es noch an die sind doch noch ein bisschen mehr loons aber nicht gegen die luftabwehr und auch nicht gegen den fäger und einbogen schützentrum noch okay aber wir bekommen in jedem fall das dunkle das war hier ort der begierde und ich muss erstmal auch wieder ein bisschen warm werden was das angreifen angeht aber jetzt mit dem frischen rathaus zähne das macht laune das macht laune leute und das macht auf jeden fall wieder launen nach mehr erst mal zehn helden level pro held dazu leveln acht noch bei der queen und natürlich volle zehn jetzt beim beim king rathaus nehmen wir noch mit würde ich sagen außen schafft der lakai das leider nicht mehr das rathaus müssen wir noch packen da müsste jetzt das restliche zack dunkle drin sein dann brechen wir das mal ab 92 prozent ja super das passt so das war jetzt wahrscheinlich noch irgendwie so eine ck die ich hatte oder sowas denn die armeen die ich danach habe die sehen genauso aus wie diese hier das heißt also im quick train müsste ich den mal eben editieren dass wir hier so ein bisschen mehr 235 das muss man was helfen hier und einmal kurz trainieren im moment habe ich ja ein bisschen wenig ich habe ein bisschen wenig elex dann nehme ich meistens dunkle zauber mit ein wenig zumindest 123 ein davon ein davon ein davon so machen wir das ruhig mal und dann lassen wir die helden jetzt eben ein ganz kleines stückchen recken würde ich sagen und nehmen noch nehmen noch mal diese armee hier also es geht so ganz langsam voran aber ich will es jetzt auch nicht übertreiben ich könnte jetzt natürlich ein trank nehmen aber ich habe auch jetzt mal wieder ein bisschen wenig zeit muss jetzt ein bisschen zwischendurch kurz was kurz mal was machen fordereben mal an und dann sehen wir uns im nächsten angriff ja und während wir hier so ein bisschen gewartet haben hat der manuel angegriffen also 7 auf 7 der kampf ist gerade so vorbei also exakt drei minuten leute ganz ganz knappe kiste da sieht er schon ein bisschen an der zeit aber wir schauen mal rein er fandelt hier so ein bisschen mit queen heiler und was hat er eigentlich so im back end okay rockrider alles klar rockrider und auch er ist so wie ich das sehe ist auch auf rathaus zwölf gegangen jetzt sehe ich das gerade an den an den helden queen schon ein level hochgegangen worden noch nicht und king auch noch nicht ja okay aber er ist glaube ich ich denke immer auf guten wege und hat hier unten jetzt mit dem king noch ein bisschen weiter gefahren dass seine queen in jedem fall in die base reingeht da kommt ein lavahund raus und ziel ist sicherlich noch die gegnerische queen rauszukriegen ich bin mal gespannt wie ihm das noch oder wie ihm das gelungen ist der weg ist nämlich noch unheimlich weit schon mal laki zur hilfe gesetzt für die knabbernden skelette und sicherlich gleich auch für die welpen mal sehen ob der ja der geht noch ein bisschen mit auf die welpen das ist immer das ist immer super denn das unterstützt die queen doch enorm aber die schätzung alter falter die ist ja mal ganz ganz knapp dran gewesen am am spiel tot oder spieler tot aber noch mal gerade so gerettet mit den heilern und man ist auch schon ziemlich viel geschuss drauf aber jetzt muss gleich die queen in jedem fall dran sein da kommt sie jetzt und damit ist die geschichte aber ich glaube die war jetzt auch nicht ganz so stark und jetzt geht das hier hinten da sehen wir jetzt schon die hockrider die beziehungsweise die erstmal außen da gerade was gemacht haben das habe ich jetzt nicht gesehen aber jetzt hier ein gutes passing natürlich haben unten hatte alles schön rausgenommen das ganze kompartment hier auf 9 uhr wo die queen jetzt noch ist und damit haben die hockrider hier jetzt echt ein super super weg die können so ein bisschen werden sie natürlich nach außen gezogen zumindest einer okay einer geht nur mit nach außen bomben turm noch mal und da lauerte der lauten fallen aber das rathaus ist jetzt schon mal in nähe da noch eine falle gewesen beziehungsweise in der riesen bombe und jetzt ist das unheimlich eng hier denn es werden immer weniger hockrider und die defensive ballert dann auch ganz gut drauf vor allen dingen der main werfer hier der ist jetzt allerdings müssten die art die sind immer noch in range drin hat auch wirklich eine kleine eine kleine dead range und das hat er gepackt hat er gepackt glaube ich mit den hocks hat jetzt noch einen meiner mit als cleanup queen ist noch zündbar sollte er jetzt auch machen machte auch hat er gehört macht er jetzt auch aber ja ja hier hinten steht doch noch das kostet zeit das kostet zeit für die hockrider denn noch mal hier ganz ganz quer durch die base das war sicherlich jetzt nicht nicht unnötig aber was willst du machen denn das haben sie erst mal stehen lassen die queen geht hier unten den gang entlang und jetzt helfen hier zumindest die hocks das rathaus ist jetzt auch schon weg 4 3 2 1 99 prozent okay tut mir leid was willst du machen was willst du machen steckst du nicht drin aber ganz schick hier und wir haben eben übrigens so ein bisschen noch über den händler hier hier diskutiert und sind so ein bisschen nach darauf gekommen dass der uns womöglich die die nächsten dinge zeigt also die jetzt in den nächsten tagen kommen denn die schippe war jetzt heute nicht so dolle und das ganze event geht ja noch ein paar tage das event ist übrigens für alle normal ist der trader ja immer unterschiedlich aber das ganze event hier geht wo ist es hier noch sechs tage das heißt also wir können uns noch sechs geschenke abholen und ich bin wirklich mal gespannt was da noch kommt für mich wäre natürlich schön so ein buch des baums oder sowas keine ahnung ich habe jetzt auf jeden fall meine top truppe am start nämlich die super farm truppen und ich werde mir auch glaube ich die kobis recht früh hoch machen dass ich die auf jeden fall auf max level bekomme und da der hat schon schön viel für uns allerdings schlecht erreichbar schlecht erreichbar wir müssen uns ja mit den mit dem erdbeben zauber irgendwo eine schneise bohren so einen kleinen neuner wir nehmen wir so einen kleinen neuner mit hier können wir ruhig mal machen denn das ist eigentlich genauso eine base die ich so ein bisschen suche hier für meine meine kobold freunde und da können die erst mal so ein bisschen was außen abräumen ja das ist das ganz piano das ist hier farm auf niedrigstem niveau aber am effektivsten so will ich mal sagen hier kommen hier recht glaube ich einer und da hinten sind noch ein paar dran kann ich noch ein paar nachsetzen aber ihr seht auch hier geht das eigentlich richtig schnittig gut rein beziehungsweise holen die hier ganz gut was raus da muss ich noch mal ein nachsetzen dann haben wir hier außen schon mal ein bisschen geholt aber jetzt habe ich gleich natürlich nicht mehr so viele riesen ok da muss ich sollte ich vielleicht mal daran denken oder die armee ein bisschen umbauen aber fünf truppen fehlen mir ja noch da könnt ihr schon mal die bauhüten machen denn auf einer ecke gehen wir jetzt hier ganz sicher rein ich würde sagen wir nehmen wir nehmen wir nehmen wir nehmen die king ecke hier wir nehmen mal die king ecke ich habe ein paar mauerbrecher dabei ein paar ist gut und ich habe allerdings auch den zauber dabei mal sehen meine helden die gehen jetzt erstmal auf das lager da immer zwei drei magier und die sind doch nicht ganz so weit gegangen okay die sind doch nicht ganz so weit gegangen ach die sind da im bomben turm wir sind ein bomben turm gestorben was haben wir hier noch bowler ok dann machen das müssen das jetzt unsere kobe es erledigen das packen die auch ja das sieht ganz gut aus fast da wieder wieder fast den king vergessen ok ich nehme mir mal den skeletts hauer mit rein einfach so ein bisschen in die menge geworfen und das müssten hier aber mindestens zwei sterne werden ich meine das war jetzt oder außen ist hier noch ein lager ok mal sehen ob wir das nicht noch kriegen da das lager da noch da hat doch ein bisschen mehr gold und silber hätte ich fast gesagt als ich es jetzt erwartet habe und aber wir haben es ganz schön das ist ganz ordentlich also kosten nutzen faktor dieser armee ist natürlich nicht zu toppen würde ich sagen den brechen auch ab 65 prozent ok wir hätten jetzt noch bis 70 laufen lassen können aber mit mit der armee hier die kostet mal eben schlappe 127.000 ist recht wenig im moment ein bisschen bisschen dunkles ja weiß ich aber ich nehme sie trotzdem wieder mit denn macht auf jeden fall laune mit der armee und deswegen fahre mich auch einfach mit der weiter also ein bisschen bisschen weniger und lasse mich hier mal überraschen was es dann gibt aber sehen den trank zwölf stunden haben wir noch zeit kann ich mir vorstellen dass ich mir den wiederhole beziehungsweise ein verbraucher und den gleichen nach mache also wenn ihr eine ahnung habe was hier als nächstes kommt dann schreibt mir bitte unten in die kommentare rein wäre ganz nett und vielleicht gibt es da irgendwo schon auflistung oder liegt oder was auch immer ich bin ja moment auf was das lesen angeht von von nachrichten innerhalb von clash of clans ein bisschen bisschen hinten dran macht aber nichts hier geht es auf jeden fall weiter mit dem archer tower und weiter mit der kanone die bau ich jetzt erstmal ganz gut aus ich hoffe die folge hat euch trotzdem gefallen und vor allem das lebenszeichen von mir hat euch hat euch gefallen also es geht auf jeden fall mit der schluss weiter und habe noch eine schöne woche bis dahin euer toto tschüss